Musik Die Tour de France bringt ganz, ganz viele Menschen aus ganz, ganz vielen Teilen der Welt nach Düsseldorf und der Flughafen ist unser Tor zur Welt. Der Flughafen verkörpert wie kaum eine andere Einrichtung in dieser Stadt die Internationalität, die Weltoffenheit der Landeshauptstadt Düsseldorf. Musik Wir haben die offizielle Tourhymne gespielt. Oh Königsallee, auf zu Champs-Elysées, alles geben für die Chance, Sieger bei der Tour de France, Helden werden geboren auf der Königsallee. Hey! Garoppal. Musik 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 Es ist ein großes Ereignis, ein Weltereignis und die Stadt Düsseldorf kann eigentlich stolz sein, dass sie das hinbekommen haben, dass die Tour hier startet und dann noch eine Etappe dazu, die Präsentation der ganzen Teams, das ist schon eine tolle Sache. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich habe es wirklich gefühlt. Die Vibe ist wirklich schön und alle kommen hier nur für die Fahrzeuge und auch die Reise, die ein bisschen in der Hürde bringen können wir etwas Freude bringen, um ein bisschen relaxen. Es ist wirklich cool. Man weiß nie, wie die Leute darauf reagieren, sie sind so im Staunen, aber wenn sie dann plötzlich machen sie irgendwann immer automatisch mit und es pusht einen selber, gerade bei dem Hochsprung, wo man drüber geht oder Flasche aufmacht, die sind so gespannt und freuen sich dann. Geil, ich kann mitmachen. Das ist einfach Traumhaft. Das ist einfach Traumhaft.